I will be serving your cocktails. You'll be followed by dinner. L...L... Ud! Auch nur eins? L...U... Is kalten. Is ein H drin. Is ein F drin. Hattenweißen. Is ein O drin. So, noch ein Strich. Ist kalten. I. Was heißt das Wort? Traum. Traum. Solche Wörter gelten nicht. Nur Sachen, die es wirklich gibt. Das war die Hinge. Kuss. Vielen Dank.